hallo leute und willkommen zurück zum let's play the legend of zelda ocarina of time warum regnet es und hier ist wieder das federvieh will ich dich schon mit mir anlegen kein problem herr sie 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 ja hier kommt man hier noch hier rein das ging aber schnell erst morgen jetzt ist wieder nacht geworden was soll man da noch sagen was gibt es noch hier die vogelscheuchen ich bin bürger und das musikalische vogelscheuchen wenn ich ein lied einmal gehört habe vergesse es nie mehr süßer ja gut ja jetzt ist die frage wo es weiter geht ich muss da irgendwas machen aber gehen wir mal dorthin ich will janische steppe aha so kommt man hin das ist aber weiter weg ding 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 toll gerade ist es morgens und dann teleportiere ich hier hin aber was ich versuchen wollte ist einfach die hexe zu besuchen in kakariko deshalb habe ich hier eine abkürzung benutzt das ist ja langer umweg so so seht ihr und jetzt bin ich schon hier das erspart mir viel lauferei aber ich finde es echt nice wenn man mit der zeit spielen kann um ein bisschen hier zu erleichtern so da sind wir wieder in kakariko ach ja apropos wenn wir schon gerade hier sind können wir ja nach dem scutola gucken weil ich habe schon 20 goldene scutolas gesammelt da müsste eigentlich jetzt eine weitere person auftauchen korrekt der fluch ist von mir genommen tausend dank hier ist eine wertvolle belohnung für dich der stein des wissens benutzt du ab jetzt dein rumple pack reagiert es auf naheliegende geheimnisse da habe ich jetzt leider keine ampel pack wie ärgerlich aber ich dachte noch eine erweiterte geldbörse ja jetzt sind wir wieder hier im friedhof aber gott sei dank habe hier schon was eingepflanzt äh was nun bist du einfach so zum spaß da echt jetzt nur wegen dieser eine kiste da nur wegen der eine kiste hoffentlich bist du was wertvoll natürlich den dingen die ein herzteil hast du vier teile gesammelt wird die energie leiste um einen herz container erhöht und ich dachte schon wofür war das denn jetzt ja was nun apropos jetzt fehlt mir was ein ich weiß nicht kann der kleine link auch diesen eisenstiefel benutzen ja macht es euch was klick ja ja jetzt kommen wir langsam näher aber wie komme ich dahin normalerweise ja jetzt ja 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 eigentlich müsste ich doch von hier wieder dann dahin kommen sehr fragwürdig sehr sehr fragwürdig aber egal ding 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 als kleiner link war der brunnen voll mit dem eisenstiefel können wir eigentlich jetzt da rein und wie ihr wisst wird der kleinen link wieder grün sein da hat der anzug nur für erwachsene ist jetzt bin ich schon wieder so jung ist doch leben was soll ich immer zu junger link nein da kann nicht egal aber jetzt haben wir schon einige herz helle gesammelt das auch was bettes ich habe ja noch die masken und so alles mache ich das auch irgendwann und wie ist es wieder so jung zu sein bescheiden wie bescheiden ich will wieder älter werden naja da du ja nicht mehr mit salier zu tun hast kannst jetzt voll auf ganz auf selda konzentrieren du sagst es da wie so ja auch mal tief Musik Ja, es muss eine richtige Aktion sein. Nix. Aber es gab doch einen Weg zu den Hexen. Aber ich frage mich nur, wie? Es muss einen Weg geben. Hier ist auch eine Kiste. Oh, oh. Nein, 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 nein. Los, dich mit den Hühnern anlegen. Um Himmels Willen nicht. Ja, ich will mit den Typen da oben reden. Ich komme nicht mal vom Dach hinunter, aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Aber wie mache ich das? Jetzt bin ich etwas ratlos. Ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst, da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre keine gute Idee? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nichts. Nein, nein. Nichts. Nein, nein. Nein, nein. die die das jetzt hier meine zeit verschwinden das wäre jetzt tragisch aber gehen wir erst mal da auch hier rein ich mag es im rhythmus dieser mühle musik zu machen das war riesen spaß ich liebe musik ich liebe diese mühle ich will selbst einmal etwas komponieren vielleicht eine melodie die von der mühle oder vom winter zählen aha warte mal ne ne die hymne des sturms ja 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 ne 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 ist das nein oder könnte noch an den 10 erinnern wo ich mit älteren link zu ihm gegangen bin da hat er mir doch dieses lied beigebracht und da wollte doch den kleinen link sehen der auch ocarina gespielt hat grund des brunnens na sieh mal einer an nee vor wegen das ist endgültige abenteuer von kleinen dingen vorbei ist ganz im gegenteil navi ich höre in diesem raum geisterhafte stimmen flüstern sie flüstern mir zu suche nach dem auge der wahrheit aha so so das war eine durchsichtige wand hier und ihr dachten hier aber nichts zu finden aber was ist hier für eine gegend ja es könnte schon ein bisschen gruselig seine auch wie es hier weiter geht das erfahrt ihr im nächsten part tschau